Albu Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Video. Bevor das Video aber startet, gibt es einen kleinen Sicherheits-Invest von unserer Seite. In dem folgenden Video machen wir eine Tour, die auch für Erwachsene relativ anspruchsvoll ist. Wir sind diese Tour mit Kindern gegangen und wollen an dieser Stelle einfach davon abraten, diese einfach nachzugehen. Informiert euch bitte eigenständig über die Touren, die ihr machen wollt, damit ihr da auf der sicheren Seite seid. Wenn ihr mit Kindern geht, solltet ihr eh bedenken, dass Zeiten, die an Schildern dran stehen oder online stehen, wahrscheinlich niemals einzuhalten sind, damit Kindern eh am Berg immer etwas anders läuft. Und daher solltet ihr auch nicht nur an Plan B, sondern auch an Plan C und D mit Kindern bereithalten. Daher schätzt euch selber gut ein, schätzt eure Kinder entsprechend ein und macht auch nur Touren, für die ihr gewappnet seid. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Danke. Moin Moin, wie ist es wieder? Heute sind wir unterwegs in der Zugspitze und versuchen uns am Stopsel CR. Wir sind relativ früh heute Morgen gestartet, kurz nach 5. Jetzt die erste halbe Stunde hinter uns, 200 Höhenmeter ungefähr schon geschafft. Und gehen jetzt heute noch um. Viel Spaß beim Zugucken. Stetig und ein wenig geht's bergauf. Kuckuck. Kuckuck. Hallo. Hallo. Wir kommen jetzt zum Zug. Okay. Das war's für heute. Ja, wir helfen dir. Danke. Moritz, du kannst uns helfen. Moritz, 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 du kannst mal fahren. Wir sind fast schon das zweite Mal gerutscht. Mama. Mama, ich bin fast gestolpert. Mama, es bringt Alarm kein Klecker, niemanden verholen. Moritz, ich kann bei Vanessa, Alexa und Mama. Jetzt kann man auch da lachen. So, hoch. Mama, ich hätte auch oben erst mal hier hochgegangen. Mama. Was? Ich mag diese Zehen. Toll. Das wackelt sich doll. Ja. Was? Da. Was? Ja, ja. Oh Gott. Hier rechts ist eine Stufe oder so. Ich brauche die jetzt. Danke schön. Bitteschön. Ich brauche keine Stufe. Oder doch? Oder doch? Stopp mal. Hier hoch geht's. Ach. Du musst hier. Halt und platziert. Hast du das? Hallo Moritz. Da geht's da ein paar Begaben rausgehen. So warte, ich will ein Foto machen. Papa, hallo. Da hab ich. Papa, guck mal. Geht da lang und warte durch die Mühe. Da oder da. Lass es die Schwierigkeit. Pupsi. Oder sei. Ja, ja, geh links lang. Alles gut. Dann leise. Geh mal da rüber. Kommst du da rauf? Hier? Ich drück dich hoch mit dem Po. Nein, Papa, nein. Ich mach das nicht. Drück weg. Mama, das ist die Karte. Danke schon, Papa. Du kannst dir da überall ein bisschen sind. Ja, überall. Du musst umziehen. Ja. Wieder umziehen. Dann kann man hoch. Dann muss man hoch. Ja. Mama, ich fahre dich ja lang. Und Papa, nicht was ist. Festhalten. Ja. Alles gut? Oh Gott. Nein. Oh, Mama. Geh mal ein Stückchen weiter. Geh mal ein Stückchen weiter. Der kommt noch nicht rüber. Also. Ah. Ah. Ich hab der langs Nackern. Ich hab's ja langs Nackern. Kannst du, Papa? Kommst du? Kann ich sonst gleich wieder weiter? Alles gut, hier ist alles 10. Mama, ich fliege! So, komm! Mama, guck mal! Mama, guck mal! Ich fliege! Mama, guck mal! Mama, guck mal! Oh, es ist gerade egal! So, weiter! Ich kann das, aber es muss mich auch manchmal draht festhalten! Ja! Komm! Papa! Alles gut! Ja, aber ich bin ja da! Ich freue mich, wenn ich diese Leiter fertig habe! Okay! Papa, Acht, dass die Dinger brechen! Die schalten dich! Die halten mich auch! Papa! Jetzt! Papa! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Hier ist aber alles gut Untertitelung des ZDF, 2017 Ich hoffe, wir werden jetzt mal ein bisschen besseres Stückchen mitlaufen Langsam So, schön vorsichtig jetzt hier Da hängen wir uns wieder ab Schau mal, das war der Ich bin direkt mitradiert Kommen wir erstmal weiter, das interessiert euch erst noch nicht selber gucken, wie es uns geht Ich bin direkt mitradiert und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020